20 Jahre Ironman Spaß hier in Frankfurt und für viele, die heute hier zum ersten Mal dabei sind, sie werden ein unvergessliches Rennen erleben. Das ist ein Anstieg, wirklich, wenn man auf dem Wasser rauskommt, das ist ein Anstieg, wirklich, wenn man auf dem Wasser rauskommt. Das ist ein Anstieg horse, will man auf dem Wasser geschwindeln. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.